Ich wünsche dir, du darfst mein Schock, du bist stabil. Aber was macht mein Röschding vor einer leichten Prozession und vorher zieht so viel Schaden? Super, doch! Nein! Die Straße wird gekehrt und wenn ich mir das zu uns zuschaue... Oh, 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 oh! Das ist nicht schön! Aufgekehrt! Hochgekehrt! Gerscheid! Der wird betraut! Ja! Na, abend! Also, an die Hüsten, gell? Ja! Nur an die Hüsten! So, an die Hüsten! So! So! Ja! Jetzt fällt mir noch viel und jetzt entsteht mein Rösch! Das einzige, was jetzt noch fällt, das ist eine bestimmte Blumenfrage! Weil es ist nämlich so, dass der Profil an jeden Blumenkasten eine weiße Blumen reinkehrt! Wissen Sie ja, warum da eine weiße Blumen reinkehrt? Warum gehört da eine weiße Blumen rein? Keine Ahnung! Das ist ja recht! Warum gehört da eine weiße Blumen rein? Warum gehört da eine weiße Blumen rein? Nein! Weil, wenn man erst mal eine weiße Blumen drin hat, sieht man die anderen Farben so schön! Weil es ist schön, du hast eine blaue Blumen und dann plantst du eben eine weiße! Erst dann, siehst du, dass die blaue Blumen richtig blau ist! Und dann, siehst du, dass die blaue Blumen rein! Und dann, siehst du, dass die blaue Blumen rein! Die sind drin, sagt so, hier bei dem Blumen geh hol' ich mir so ein Stress! Und hier, die sind drin, sagt so, hier bei dem Blumen geh hol' ich mir so ein Stress! Der Blumen ist da!